Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. Ich würde fast sagen Geldrausch, Geldsegen. Diese Woche ist pervers, was Geld angeht. Aber ich bin doch falsch geworden. Mist. Also, unglaublich, wie viel Kohle wir diese Woche schon gemacht haben. Und es geht weiter. Es geht heute nochmal weiter. Ich habe beim Metzger noch jeweils 8 Paletten Steak und 8 Paletten Würstchen. Und die kommen jetzt auch noch unter den Hammer. Und dann wird oben rechts... Alter. 604.000 Euro haben wir. Wir haben die Woche gestartet mit 40.000. 43.000, 44.000. Es ist... Es ist kaum zu glauben. Es ist für mich kaum zu glauben. Und ich bin am überlegen, was ich mit dem Geld mache, dass ich nach der... nach den Rechnungen nächste Woche wieder über habe. So. Jetzt springt man mal gerade rüber. Und den leihen wir uns jetzt mal aus. Ausleihen. Bauen wir mal schön rüber zum Metzger. Verladen unsere Paletten. Wir kommen jetzt mal wieder durch. Ich weiß nicht, ob wir haben uns beim Metzger. Wir kommen jetzt mal wieder hinterher. Wir kommen mit. Wir kommen jetzt mal aus mit. Denn wir lassen gleich sein. Dann fahren wir mit Paletten rüber, fahren mit dem Staple rüber, laden alles ab und schwimmen weiter in Geld. Wo komme ich denn raus hier? Wurst, Leder, haben wir auch so viel, aber ich lasse nicht los. Oha, bin ich mal gespannt, dann muss ich den Dinger aber ein bisschen weiter hinstellen. Keinen Bock sogar herzufangen. Ein Staple. So, jetzt rühre ich mal, ob ich da zwei Paletten mit anderen hochkriege. Ja, jetzt rühre ich sehr gut. Wow, ich rühre auch relativ easy. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. Easy, easy, easy. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 es gibt es ist nicht nur was für mich zu tun wenn ihr den Bock habt und auch im Discord-Server die Beschreibung von LinkedIn die Daten müssen die Beschreibung steht denn mit euch dort der von mir beauftragt die wirklich Das ist nicht möglich. Ich probiere mal aus, wie ich hier jetzt vier auf einmal nehme. Schwerer Bumbe. Schwerer Bumbe. Wir sind zu viel für den kleinen Stapler. Das ist auch ein Geist mit den Paletten. 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 Und vier Mal. Das ist auch ein Geist mit den Paletten. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Das ist auch ein Geist. Das ist auch ein Geist. Das ist auch ein Geist. Das ist auch ein Geist mit den Paletten.